kann sein veist du nicht warum aber ja ist anscheinend so willkommen zu einem weiteren Part Starvenge 8 und in diesem Part werden wir uns ja zu ein paar welten anschauen aber die nicht machen weil wir jetzt zum nächsten boss gehen den wir schon machen können obwohl er ist die welt 12 oder so ist aber dann kommen wir leichter und früher zum wäsch ich habe mir jetzt ein paar ein paar videos von seinem youtube angesehen wie er das gemacht hat und jetzt suche ich gerade was da hinten war die flugkappe die brauche ich jetzt um in welt 10 zu gelangen und mario was machst du gerade nur weil ich jetzt einige monate nicht gespielt haben musste ich nicht wie ein vollidiot benehmen das heißt hier bauen wir die flugkappe das ist hier und dem wundern kann ohne nicht der abgrund will nur in die kanone der kanone warum packt die kanone rum warte was ist da hallo ok die kamera packt gerade aber jetzt geht es gott sei dank wieder danke sehr kamera war gerade sehr nett von mir genau wusste wo ich mich hinschieße und jetzt komme ich natürlich gar hoch wo ich hin muss man sie auch kein save state gemacht jetzt schauen wir auf so ich hatte gerade vor der aufnahme drei stunden lang die fucking welt gesucht da ich mich hier in diesem heck einfach überhaupt nicht auskenne ich habe ewigkeiten nach den ganzen welten gesucht die er betreten hat weil er ja immer direkt vor der tür starten die aber denkt wo ist der ja die ganze zeit die ganzen welten gesucht weil ich generell nicht auskenne dank ist das jetzt ein scheiß ernst du drecks game ja wahrscheinlich war das zu tief auch in welt 10 von der aus geht es dann in welt 11 auch wenn man sagt der für den weg genau der drieber nicht da hoch genau da ich glaube ich weiter einer der ist über die wolken gesprungen dieser hier am feuer genau das möchte ich ihm nachmachen ist er natürlich nicht ja ja genau da da ist er überhaupt zu welt 11 weg und hier ist jetzt warte ok maun ja sehr schön genau hier muss ich jetzt genau den machen wir jetzt so dass uns hier nicht schlimm trollball trefft mir es ist hier eigentlich eine jahr noch eine welt mit rett das kann dauern ich habe mir natürlich nicht angeguckt da unten ist noch eine red coin sehe ich gerade uns natürlich mit schaden weil ohne schaden geht es nicht ich bin ich hier eigentlich jetzt gerade am start oder nicht vielleicht noch eine red coin die ich übersehen hätte nicht sehe ich sie einfach nicht zu viele zu viele unsichtbare länder im weg bleibt jetzt sein können dass man da hoch bei nirgern dann geht es halt hier weiter ich glaube ohne videos wäre ich generell komplett auf ich müsste ich kenne mich hier 0, gar nichts aus da geht es noch zu kurz zwölf das merke ich mir ja nie ich müsste mir 100.000 mal mein eigenes video dann zu ansehen damit ich weiß wo es hier zu welchem level geht die schräge da oben da habe ich die nicht übersehen vielleicht werden wir doch nicht bis zum boss kommen genau genau das solltest du jetzt machen aber genau das habe ich jetzt die red kann dahinten ja danke so schwer ist es ja nicht ist hier ein map oder ist es einfach eine soda es ist einfach eine soda okay wow 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 jetzt bin ich schon seit 2 schon mal hier irgendwo eine coin wie sie so warum ist jetzt eine mildur steigungszeit muss ja irgendwo eine red coin sein aber es bringt nicht Ich dachte jetzt, was schießt mich bis ganz nach unten Wahrscheinlich Ich bin sogar so unfähig, solche Dinger zu benutzen Wow, das ist doch nicht zu weit weg Gott sei Dank Warte, das müsste sich gleich drehen, ja genau So, da oben ist wieder der Switch zum Ändern Wahrscheinlich springe ich einfach mal daneben, es juckt ja niemanden Spring doch Du sollst dich nicht an diesem Scheißding festhalten Das will doch niemand So Da sehe ich wieder nichts, weil der Baum so genial ist dem Weg steht So Dann geht es da hinten weiter Ich sehe nichts, Baum Da Darüber und wenn jetzt ganz am Ende eine 7, äh ne, 6 Münzen sind ja nur 5 von 6, dann raste ich aus Ich habe jetzt 5 von 6 und ich brauche Wieso, wieso falle ich da jetzt in den Abgrund Kann es ja nicht sein Ein bisschen Skill ist anscheinend zu viel verlangt Ein bisschen Skill ist anscheinend zu viel verlangt Ist das dein Scheißernst In jedem Level sind es 6 Münzen In dem sind es 8 In jedem Level sind es 6 Münzen, in dem sind es 8 Ein bisschen Und dann Es Mindest Das ist Und ich habe einen Und ich habe Und ich habe alles klar man muss einfach den boss zuerst machen nach dem boss kommt man dann so zum pop-omb der in den kanon eröffnet da kommt man ja sowas von drauf ich suche eine halbe stunde nach diesen dämlichen pop-omb mal gleich verpiss dich warte mal die sterben das ist ein glücklichen pop los er rennt hier einfach die ganze wege scheiß treib ich hier halt stehen ich warte bis er dann noch mal kommt ich habe scheinlich jetzt haut er mich runter es ist doch nicht dein fucking ernst ich dachte ich hätte dort gesetzte scheint nicht nein ich wollte noch kein weg von mir oh ja so jetzt mache ich hier ein save und dann rennst du noch mal im kreis bitte und sieg nach zwei schlägen okay ich soll meine bitte darauf kommen ich habe noch nie einen boss besiegt bevor ich nicht die red kreis hatte hey pop-omb macht mir die kanone bedarf Danke sehr da drüben ist eine red coin im wasser Nicht von der strömung abtreiben lassen ich glaub da hinten war noch was da war fix eine ich habe mir extra das video angeguckt da ist eine okay ich schaue einfach wo ich mit der kanone jetzt irgendwie zur letzten minze kommen dann sind die bei mir anders als in dem video keine ahnung warum wer in der anderen version spielt was ich mir nicht vorstellen kann ich nehme der kanone hoch muss da ein wasser sei genau hier auch hier hat er sie gesammelt da ist aber keine bei mir ich weiß ich bin blind und über die münzen aber da ist kein egal dann gehen wir da hoch vielleicht ist sie bei mir da oben jetzt ist das jetzt mein ernst nein du fällst da jetzt nicht so unfähig sein dabei wollte ich heute noch einiges mehr machen als das hier aber egal da geht sich halt nur das hier aus vielleicht spiele ich eine 1 1 version da ist vielleicht die eine münze anders als in der 1 0 version die er gespielt hat im video kann sein weißt du nicht warum aber ja ist anscheinend so was soll das jetzt was soll das jetzt was zur ich gucke mir mal das video vertieren ja ich habe das game geschaut hat musste jetzt neu aus der welt raus gehen und wieder rein gehen weil ich hatte eine münze aber hatte alle eingesammelt es waren keine münzen mehr da nein es ist super es ist richtig genial dankeschön geben danke dass du so nett bist zu mir wenn es jetzt noch mal der fall ist dann ist dieser stern ich habe das video angeguckt was ist bei ihm zählt ganz normal weiter bei mir fängt einfach bei 1 wieder an ich habe das video angeguckt was ist bei ihm zählt ganz normal weiter bei mir fängt einfach bei 1 wieder an einfach nicht möglich dann gebe ich ihn auf so ein scheiß eh schon kein bock mehr auf die aufnahme ich habe mir zwar gedacht ich werde jetzt drei vier parts aufnehmen ich habe nach nach der halben aufnahme von diesem part schon kein bock mehr gehabt und das hat mir jetzt den rest gegeben ich kann es so nicht aufnehmen wenn sie zuerst suche ich glaube ich drei vier stunden diese scheiß welt wenn ich mir das video angeguckt hätte ich wirklich drei vier stunden gesucht weil die hätte ich ein leben nicht gefunden diese kack welt weil ich mich hier in diesem recht einfach überhaupt nicht auskennen dann mache ich so einen scheiß wieder weil ich sowieso kein skill mehr habe in diesem game dann kann ich wieder überall dagegen da oben war irgendwo noch eine coin ich glaube die war hier ja genau ich sehe mich nicht bald so danke schalter und zurück so so rüber da und dann wieder hoch da sind die blöcken ich werde die gleich die vier minuten einfach rausschneiden weil es unnötig ist dass ich nach red coins gesucht habe die gar nicht da sind daher ja das ist nicht mein ernst das ist einfach nicht mein ernst das ist einfach nicht mein ernst ja du drecksfeuer wahrscheinlich bringst du mich jetzt noch um ne so weit kommt es noch dass ich von einer spinne hier sterb so und die kanone rein und da oben und da oben fast drüber fast drüber ich hoffe wenn es jetzt wieder bei eins anfängt danke das war die sieben das war die A in der Ecke dann dann da unten und wenn ich da runter fallen müsste würde ich eine Abflugung nehmen Ich glaube hier geht es runter So circa. Das war's aber nicht ganz. Ja, back noch mehr rum, Kamera. Ich hab eh schon keinen Bock mehr. Was ist denn der scheiß Anfang in dieses Levels? Da kommt er ins Wasser. Irgendwo beim Wasser war's ja. Da. Sehr schön. Geht doch. Jetzt noch mal einen kurzen Cut bis da oben. Und mal gucken, was da oben noch so ist. Also bis gleich. So. Ich bin jetzt hier oben noch mal. Und dann schauen wir mal, was hier für eine Brutzfarbe ist. Ich bin da oben noch nicht. Ich habe jetzt die Lava-Säulen so gut wie ich ausweichen. Wo war die? Die war hier. So. Okay. Sehen wir mal nach, was hier hier rüben so ist. Wow. Nicht gleich wieder runterfallen. Hier ist noch mal vorne ab. Ich sehe noch nichts mehr. Darüber. Ich baue noch irgendwas auf diese Seite. Dann mach halt keinen Dreisprung. Wenn das zu viel ist. So. Was ist hier? Das ist der normale Boss dieser Stage. Und den kümmern wir uns im nächsten Part. Also. Bis dann und wieder auf Wiedersehen. Bis dann. Und den kümmern wir uns im nächsten Mal. Bis dann, bis dann will dieρείigkeit. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.